es fing damit an dass ich überlegt habe welcher champion jetzt für dich am anfang der einfachste und beste ist quasi und dann habe ich gesehen du hast schon warwick gespammt sobald du dich nicht mehr auf den champ konzentrieren musst kannst du dich dann wirklich auf das spiel konzentrieren dann lass mal mit einer sache starten und zwar machen wir dir ein item set du kannst einfach immer die vorgegebenen items die wir jetzt die geben kannst du dann immer kaufen und dann auch nie überlegen nicht überlegen ist gut für mich jetzt machen wir dir kurz einmal noch runen für warwick nice und jetzt glaube ich kannst du schon so in das erste game einfach mal reinspringen blind pick geht schneller aber da ist nicht nicht sicher dass du deine rolle bekommst ich pick einfach immer vorweg und logg den gleich ein ja weiß ich nicht das ist nicht so gut das mache ich immer nicht aber sag mal du hast gesagt so diamond ist mein ziel ja ich habe keine relation wie krass das ist ich kenne paar leute die lolle spielen die man hinten so ja ich bin jetzt platin aber ich spiele auch schon so acht jahre so mal mal mehr mal wieder ja also es ist schon so dass es jetzt gut was dauern würden also es ist top 1 aber du bist top 1,5 prozent top 2 prozent wird gerade bei mir geschrieben also top 2 prozent klingt halt schon anders es ist auf jeden fall machbar sag mal wie 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 sehr muss ich flamen üben als jemand der eher ausgeglichen ist und somit da da werde ich dir direkt gleich den ersten tipp geben sobald wir ins game kommen gehen wir die einstellung und des ablen erstmal alle chats die es gibt in diesem spiel damit du nichts liest und damit du nichts schreiben kannst aber eine frage diesbezüglich support im spiel heißt so weil er moralisch support fürs für dein team ist oder ne der heißt schon eher so wegen der rolle der geflämt eigentlich genauso wie jeder andere du musst das vor jetzt ja ja stark ja ja mega gut jetzt schnell einloggen einfach ja gesichert jetzt jetzt kommt die faustregel dir die erste regel die du lernen musst drück mal tab und wenn du mehr nahkämpfer hast dann kaufst du das rote ding und wenn du gegen mehr fernkämpfer spielst dann kaufst du das blaue ding dann kaufst du dir auch noch die rufillable potion also das für 150 jetzt machen wir den red buff hier als erstes oder ja ja wir machen das jetzt mal mal so ich werde jetzt am anfang wahrscheinlich noch sehr viel infos in dich rein drücken das bedeutet was du an camps hier machst ist einfach du machst alles was alles was du hast also nachdem nach dem red buff gehst du runter zu den crux und danach zu den raptoren das sage ich dir gleich du kriegst leider keine hilfe von deinem team ist ein bisschen ärgerlich und immer qn immer qn wenn du abpasst kann ich da die drauf machen ja aber nicht noch nicht noch nicht noch nicht das meint das benutzt du immer erst beim zweiten camp und jetzt kannst du den smiten den dicken ja genau den dicken irgendwas gesehen als der lowlife geworden ist hast du schneller angegriffen und jetzt siehst du diese blutspur die die geht gerade zum gegnerischen top laner also der oben ist weil der lowlife ist weil der unseren schon getötet hat wahrscheinlich oder was ja alle das team schon wieder ja ja ist komplett am enden aber das macht das macht nichts du kannst es carring die vögel sind happig muss ich jetzt weh machen nee 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 das benutzt du gar nicht für für ein clear ja die sind ein bisschen tricky zu drücken mal die zwei oh was ist das also das ist ein pot den du gekauft hast damit heilst du dich was ist denn ein marki und eins ist das ist ein jungle item und das ist jetzt ja gerade noch eine vier das ist kein aktives item sondern passiver effekt wenn du fünfmal gesmeitet hast ein jungle monster dann entwickelt sich das weiter jetzt da gehst du nicht hin da gehst du nicht hin du gehst zu den wölfen und e benutzt sich auch gar nicht oder was eben ist du auch gar nicht genau du benutzt eigentlich nur q ja bis jetzt läuft es stabil würde ich ja bis jetzt 1a gameplay könnte ich wahrscheinlich nicht besser machen und ich mache immer nur das kurze q auf die ja immer nur das kurze q so jetzt gehe ich da hoch und mache dieses komische fiech so genau jetzt machst du die krabbe und da kann ich drücken oder oder mache ich genau da musst du drücken sogar die hat ja dieses schild das siehst du gleich nur töte den einfach stopp wegrennen die ganze töten die ganze töten ja ja schön macht sie fertig ja auch richtig rauf okay nice und jetzt machst du deine krabbe wenn du dies meist ist verliert sie das schild was sie normalerweise hat aber das hatte sie jetzt gar nicht weil der rumble das schon weggemacht hat also der gegner jungler den du da eben gesehen hast ich hätte jetzt hier gesnackt die tsm frau ja das ist ein unwahrscheinlich sag ich mal dass das dass das passieren okay jetzt kaufe ich so klick mal auf das item set da oben noch genau da siehst du jetzt direkt was vorgeschlagen wird und dann kaufst du von der titanic hydra die spitzhacke du rechts klickst jetzt dein dein pot in dem inventar damit verkaufst du den und jetzt kaufst du deine schuhe so jetzt machst du genau das gleiche was du eben gemacht hast einfach noch mal drücken in der theorie weil die dir viel schaden machen okay das wollen wir natürlich nicht gerade gelernt und dem mache ich jetzt nicht auf dir ne dem hast du auf die kleinen kannst du gar nicht machen also aber auf den tippen auf den großen kannst du jetzt in der theorie machen doch mach mal also hier die kleinen auch als erstes naja da kannst du klein auch als erstes machen ja hier nicht die machen dir quasi keinen schaden e brauchst du nur bei den raptoren drücken also da musst du es auch nicht aber kannst du raptoren sind das huhn oder die die vögel da die du davor gemacht hast so der red buff ist wieder ab soll ich dahin oder bb was jetzt gleich wieder machen ja jetzt wieder b drücken und jetzt kaufst du dir tiamat das ist die verbesserung von der pickaxe also was wir jetzt machen das ist das ist jetzt nicht das ist jetzt nicht das perfekte play quasi aber es ist jetzt gerade für den anfang so das sicherste und das simpelste dass du immer einfach alles klärt was da ist und wenn nichts mehr da ist guckst du dass du irgendwo ein gang machst jetzt zum beispiel bis level 6 renn mal runter also auf die bot lane ich glaube so läuft da außen lang genau dann holtest du die nicht an nicht an nicht an und einfach rauf laufen und auto tecken ja 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 schön schön und jetzt auf den anderen da ist noch einer das noch einer im busch der ist halt unsichtbar drin ja genau gut sehr gut es ist ja schon wieder unsichtbar der auch ja die auf ihn der ist nach unten nach unten und da ist er wieder unsichtbar aber du siehst ihn siehst du das rote da da steht der drück mal und noch mal einfach weiter du hast du hast den flash ja stark jetzt nimm die pflanze und spring rechts rüber ja das war links ja da siehst du mal 2 0 du carryst das ich weiß nicht was es da war aber es war richtig dumm aus ja das war ein bisschen das war ein bisschen tricky weil der weil der halt in den busch gehen kann und wenn er da kurz unsichtbar also wenn er kurz stehen bleibt dann wird er unsichtbar und das ist einfach ein bisschen nervig bitte hat er die rechnung ohne unsere ehe gemacht ja genau das war das da gut dagegen weil dann muss er sich bewegen und dann kannst du ihn sehen wie viele champs kennst du eigentlich jetzt in dem spiel ja den wolf ein paar kann ich erkenne ich aus anderen games halt aus lor oder aus tft aber auch das habe ich nie wirklich gespielt so also weißt du auch nicht unbedingt was war oder gar nicht was die fähigkeiten sind von dem ja das ist natürlich dass das wird anfang am anfang sehr schwierig so da musst du einfach ganz viel spielen damit das herausfindest aber es gibt halt einen punkt dann weißt du alles und dann ist es also viel viel einfacher und du kannst skill mal noch nicht skill mal noch nicht drück mal jetzt strg und q genau damit skills du automatisch so das heißt wir kaufen wahrscheinlich das hier ja ja genau und dann haben wir noch 276 übrig und dann kannst du jetzt pink words kaufen zwei stück das sind die roten augen die da genau control water heißen die und den sweeper kaufst du dir auch noch die oracle lens die brüchen hier aber jetzt schon ordentlich geht den könnte ich doch snacken oder ja schau mal mitte schau mal kurz ja die ist gerade gestorben ne geh mal runter die tötest du einfach wieder ach so mag immer direkt runter direkt runter heute könnte ich das doch schnell machen das ist zu viel rennen rennen runter außen lang und einfach auf die caitlin rauf rennen wieder dass die idee die da angreifen ja ja gut ja schön schön ja weiter einmal weiter drauf ja ist in ordnung also was du noch machen kannst immer wenn du einen gegnerischen champ angreifst dein smite kannst du jetzt auf champs machen dass das funktioniert wenn du den also wenn du jungle monster fünfmal gesmitet hast gradet sich das ab und jetzt kannst du das auf champs benutzen und das hättest du eben auch auf die caitlin machen können ja dann stirbt die dann stirbt sie früher gehen wir zum zum drachen die machen gerade den drachen jeden will ich oder wichtig ja ja gehe ich für den okay eh an eh an und raus rennen okay not bad also ich meine ich bin gestorben ja wir lernen hier ja wir lernen hier wenn du wenn du deine e reaktivierst also du kannst die verfrühte reaktivieren au dann führst du sie direkt dann rennen die weg vor dir au das heißt ich kann die zweimal drücken ja genau genau hättest du das zum beispiel gemacht dann wärst du da wahrscheinlich weggekommen das wusste ich nicht okay du möchtest normalerweise auch immer warten damit weil während die aktiv ist kriegst du viel wie viel viel weniger schaden aber in bestimmten momenten ist es halt vorteilhaft wenn du sie direkt wieder aktivierst geh mal mitte auf die rauf geh mal mitte auf die rauf jetzt w erstmal so und jetzt auf die rauf und d drücken genau und weiter rauf schön jetzt die w haben wir gerade aktiviert dass das macht dass du den nächsten gegner also der der am nächsten an dir dran ist den schnüffelst du und da hast du auch den effekt wenn der wenn der nicht unter 50 prozent leben ist geht man jetzt mit mit dem mit dem cleave effekt immer auf den dicken weil man die anderen e tötet genau genau ja tötet den affen das der falsche okay ist gut ist gut hast gehabt ihr getötet surrender ist mit team spinnt schon wieder ja immer nein du hast du hast du machst das ja jetzt kaufen war die weins andere das zweite item dann der reihe und bei dem möchtest du zu immer erst dass in der mitte kaufen genau und jetzt noch ein leben noch mal leben da kaufen jetzt ist ja dass du gerade gar keine jungle monster abhast ja renn mal mitte und wenn du relativ nah an der dran bist mach mal wieder w jetzt jetzt einfach okay du wolltest gerade du bist durch den pilz gelaufen deswegen konntest du nicht w ja töte die töte die töte die du kannst die ja einfach weiter rauf e nochmal e wegflaschen schade soll ich den kleinen zwacklmann da weg hauen ja töte den mal renn da mal rauf jetzt w genau e ja einfach weiter drauf d q schön und weiter weiter weil nein weg 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 ja er 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 das war eigentlich gar nicht so bad hättest du da deine kommen kombi ein bisschen schneller gemacht ich habe alles gleichzeitig gedrückt dann dann hätte das vielleicht sogar klappen können durch den hammer holen ja vielleicht auf linker maustaste steht im chat nee das ist das ist gar nicht gut was machen wir jetzt hier du ja renn da mal rauf flash den mal an den den dicken gehen wo ist er hin ja renn mit rauf renn mit rauf d ja hast du nice und red buff solche naps echt oh nee mach mach den drachen macht den drachen genau da kannst du die knallpflanze machen und rüberfliegen also ich bin fast tot ich hab den vogel reingeschossen sorry kleiner vogel ach er hat eine mauer und hier auch die genau war starker smite stark und ganz schnell wegrennen wegrennen ja und zu den crux das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus also für level 20 ich würde jetzt sagen wenn man jetzt so eine momentaufnahme macht dann würde ich sagen bist du vier also richtig gut ist das nicht ja für den anfang ist das schon nicht schlecht okay toll 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 und jetzt machst du das was der da dir gerade klaut das wolltest du nehmen was ist das für ein penner ja der klaut das gerade einfach es meint ihm das gleich mal weg jetzt ja stark schön erstes meintuell direkt gewonnen aber was ist mit ihm aber den kannst du töten den kleinen auf den kleinen ja 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 schön und weg rennen nix renn weg renn weg das wird knapp starkes ding was macht er denn da aber ja ja schöne öl stark flash weg e wenn du da hatte ich dort drauf oder was ja du wartest dort drauf in solchen fights guck guck immer dass du deine e aktiviert weil du dadurch weniger schaden bekommst okay makes sense ja also so ein multi multi charakter falls quasi ja 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 du kannst es immer entweder offensiv benutzen um den gegner halt zu fieren zu zu cc'n oder du benutzt es halt defensiv um weniger schaden zu bekommen okay als zweiteres wusste ich heute gar nicht bisher ja das ist eine sehr wichtige sache sogar bei dem champ noch eine faustregel direkt wenn du zweimal smite abhast smite immer okay weil dann kommt es mal erst mal genau genau die wave an dem torm kannst du gerade noch nehmen ja da ist sehr sehr viel sowas sowas darf man nicht unterschätzen dass sehr sehr viel gold und xp für dich und jetzt strg e str was e e e e genau und ja die tür des beide ja stark und den nächsten einfach rauf okay nicht mehr rauf nicht mehr rauf e an schade die gegner sind ein bisschen stark dein team hat ein bisschen gefeated das hat auch nichts geholfen dass sie mir die bass geklaut haben well played guys ja das ist gut was denn ja also du meinst das wahrscheinlich aufrichtig und ernst das geht so sehr ehrlich aber meistens nehmen die league of legends spieler das eher toxisch auf kann ich nicht schreiben so viel glück beim nächsten mal oder so ne du könntest ja einfach einfach ein einfaches gg glaube ich ist ein bisschen besser okay so unsere stats sind 9 zu 7 das war ja schon gar nicht so schlecht ja das reicht ja das war echt nicht schlecht ja ich würde sagen noch eins ja 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 ja